Ich weiß gar nicht, wo ist denn der Safe? Tony, du gehst am Safe, ne? Wo ist der Safe? Wo ist denn der Safe? Oben Hier vorne ist der, hab ihn Jo Mal schauen die Cops Genau aus der anderen Richtung Moment, muss man eben hier raus? Warte Groovy, bin tot Bin leider runtergefallen Bin bei so einem Bei so einem Gebäude Wenn du vielleicht meinen Hexagon noch siehst Kannst du mich noch meine Sniper noch sichern Wäre nett Komm jetzt bitte alle Komm jetzt alle bitte in die Bank rein Wer ist denn noch draußen? Da bei diesem Bei diesem einen Gebäude wo du mehrere Etagen hast Und wieder gekickt Zivilist Okay Also in Cerno bei dem Haus mit zwei Etagen Gibt es leider viele Du musst mir genauer beschreiben Wer ist denn der dritte Isrit der noch fährt? Nee, das ist ein ganz großes Haus im Industriegebiet Wo mehrere Stöckwerke hat Und ja, aber nicht im zweiten Nein Ich weiß ja nicht ob alle da sind Dann starte Kann ja noch einer nachkommen Die Bullen die brauchen eh nur erstmal bis sie hierher kommen Ja, wenn ich jetzt Von wo kommen die überhaupt Die Bullen Daniel, wenn du kommst Ich hab noch ne Ne, ne, hab ich doch nicht mehr Ich hab die AKM nicht mehr Ich hätte eine Barretta hier Glauben, es ist noch eine Waffe drin Da kann natürlich sein Das im Ifrit noch die AKMs von sind Warte ich, ich kann nachsingen Ich hörte ein Ifrit, du bist bei dem Haus Ja, da ist noch ne Mikro UC Ne AKM Ne AKM Ne AKM Und ne AKM Ne AKM Und ne AK-74 Genau Genau, genau, genau Ich hab deine Schritte gehört Du bist im richtigen Äh, Dani, hast du gehört Wir haben noch ne AKM und Magaziner Ah ja, ich krieg deine Leiche Erst gemütet Ja klar, ähm, aber ich red mit dem, dass er die Sniper wenigstens irgendwie noch sich hat Du mit deinem Sniper, ey Ja Äh Mori muss erst meine kurz weglegen dafür Noch nen Cop online, ne? Immer dieses Geldausgeber rein will ich jetzt auch nicht Und so langsam werden es mehr Cops Ich bin mal Ifrit und dann 7 Cops sind jetzt Kommst du einfach wieder hierher und holst du dir wieder raus Dein Schnellboot-Mini-Garden Äh, ich mach kurz Alt-F4, weil ich will ja die ganzen anderen Munitionen und sowas bekommen Das war ja immer wieder ein scheiß Leitern-Bug, durch den ich gestorben bin Schickst du mir alles auf den Park Ja Tja, das ist unser Bloody-Fame Was kann ich dafür, wenn die Leiter verpackt bin, wenn ich oben bin Leute, hier kommt ein Cop-Auto Oder was ist das? Ne, ein Geländewagen normaler Wer sitzt drin? Ich Wer sitzt da drin? Ich mag nicht aufstehen und gucken Wer ist das? Hey, nicht schießen! SA-U Wieso hast du dich erschossen? Ist SA-U Hast du? Hast du gut, weil du mal jetzt, einfach hier dann tuste einfach mal E-Tonis Das ist doch so, von Deathwatch Ey, ey, der hat Hast du gesehen, was der gemacht hat? Der ein Combat-Lock gemacht Oh, sag mal einen Screenshot Aber Toni, der ist sonst Ja, guck mal mal Zack, rausgeschossen Klar, das ist nur von Deathwatch drin, weißt ja das ist ja sowieso jetzt hier kommt so in die nähe kommt er wird abgeschossen eine gruppe danke halben stunde ist ja eh wieder riecht dort der banküberfall dauert zehn minuten wir werden jetzt mal schauen ich denke man die cops kommen die haben gerade eben irgendein schnellboot mit mg wohl beschlagnahmt jetzt bin ich mal gespannt wann die cops hier sind so ich komme jetzt schnell mit dem geländewagen dann gefahren dann dauert der banküberfall zehn minuten ich hoffe dass du in der gruppe bist hier kommt nichts in die nähe was nicht in der gruppe gut da kommt er hat die hat irgendjemand was getrunken ja ja klingt das so komisch ja nun was machst du will auch bank aufmachen dann kommen ist ja nicht ja und von mir auch läuft es nicht warum läuft es nicht ich will ruckelspiel spielen damit der zeit legt sich das wieder das ist am anfang am anfang ja am anfang die ersten ein zwei stunden maximal so und es war's dann ja so sind die ganzen cops ich weiß es nicht warten wir doch bis ihr den bankraub durchgezogen hat weil sie der meinung sind euch dann zu holen wenn ihr flüchtet ja so wie gestern oder was ja gebe ich euch brief und siegel die warten einfach bis ihr das durchgezogen seid und auf der flucht seit die wollen nicht auf die flucht holen super wir haben die ihr fritz so vor der tür gepackt dass man auf uns gar nicht schießen kann aus der bank rauskommen ja es hat noch seiteneingänge hier noch ja okay ich liege auf dem dach ja und auf der anderen seite liegt auch jemand auf dem dach wie wollen wir also bitte hier reinkommen hier kommt fast ein jet denn das flugzeug oben nein das ist ein jet dth dth die haben auch keine andere hobbys oder oh mein gott die al qaida kommt ein paar tage zu spät für eine lange aber ich höre ein hunter ich höre ein hunter definitiv hunter ja schießen du brauchst nicht auf einen hunter schießen obwohl der sniper könnte den versuchen rauszuschießen ja ein hunter hunter oder bank ja ich sehen will erstmal nur gucken polizei auto vor der bank hinter der bank hat nichts zeigen lassen der fährt wieder der fährt rund um das moment kannst du noch kommen hast du auf ihn geschossen ja auch wenn ich da bin ich da bin ist supermarkt warum hast du das dauert doch ein bisschen hier polizei ist jetzt da mit bestimmten schießerei enden so ist doch eh gleich riechstadt er fährt wieder weg wird er gesniped die frage ist nur wo sind die cops sind die in dem polizei auto waren ich sehe nämlich kein wer liegt denn dahin wir liegen da hinten auf der seite an der an der leiter wie wäre es wenn du zu mir rüber guckst und ich zu dir weil dann sehe ich wenn bei dir einer kommen du siehst wenn bei mir aber die leiter kommt ja das wird man eh eigentlich ich gucke hier auch die ganze zeit in leitung kommt zum eingang und ich gucke zum eingang ich bin das du bist das dann sagt das doch das ist unser sniper ja sorry ich habe nur vorhin nicht ganz gesehen also ich habe auf dem anderen tss irgendwie entmutet aber den Sound habe ich von hier gehört von wo schießt du denn von dem von der kleinen farm rechts also hinter wenn du hinter der bank ist wessen von zwei autos steht hier frage ich mich auch das habe ich euch schon gefragt ich habe ja auch noch dann gerade erst noch nicht da ne drei minuten ich suche mir mal noch einen anderen platz jetzt weil hier ist schweizig kurz abholen der desinkt währenddessen wo soll ich dich abholen krankenhaus der will unsere autos kaputt fahren ja ähm da ist ja auch noch meine da ist ja meine sniper dann noch ich habe allerdings ohne magazine da die magazine irgendwie weggepackt sind ja ne pass pass ok dann bist du da nämlich gerade ausgelockt da geht's mal weil ja der fährt erstmal alle autos kaputt ja ja ich habe gewartet dass du es nach was ich das weil die eigentlich aussagen nicht gesehen wird weil ich habe nur noch drei magazine sind die elf ritz kaputt ja ich kann dir was geben ich dürfte 10 keine ahnung die elf ritz kaputt sind aber wir sollten vielleicht gucken dass wir den hunter disablen wenn er das macht ich weiß nicht ich weiß nicht da kommen ich habe einen ich habe einen ich habe einen ich habe einen copp gezogen ne ich habe einen copp gezogen ne wo war der denn wo war der denn schau mal da wo ich hinschaue da ist gerade ein bargarten coppeter ich habe da noch einen wo denn wo denn wo denn wo denn wo schaust du denn ja ja ok ich bin noch neben dir da kommen wir vielleicht hoch oder Arthaus ah du bist das ja die ist große Beude da gerade in der Mitte weinst du gerade aus hinter dem Baum war der der wollte gerade auf dich schießen auf mich schießen ja weil die haben ein Körperteil raus so ja cool danke also nur so gucken ob die Reifen noch raus ich glaube nicht dass wir da rauf kommen mit dem Heli schon auf jeden Fall ja mit dem Heli aber ja lass mal kurz raus beim einen ne warte 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 ne scheibe der eine hat noch gar nichts wir gehen jetzt gucken vom Hafen aus lass mal die ja lass mal die von wenn die immer von der einen Zeit kommen lass mal die dann da weg also genau das kann ich jetzt nicht erkennen weil es kann sein dass die jetzt wütend sind muss der jetzt runter gehen dann ich sehe noch einen copp Richtung Nordosten markiere es hier in dem Haus hier siehst du nichts hier in dem Haus links von uns kannst du aber glaube ich drauf Kompass jo ich sehe ihn auch links von uns ja dieses Krankenhaus das meins da kann man hoch ja sollen wir da ungefähr auf der Map sag mal Kompass ja lass mal gucken 50 Sekunden noch ich sehe auch einen copp jetzt machen die die ihr fritz kaputt ja machen sie auch ja man sieht gerne den Cops ne weil dadurch das ähm dann dann könnt ihr nämlich nicht abhauen dann könnt ihr alle Ruhe lassen hier die Cops die schleichen sich von hinten an von meiner Seite aus einer hinter Stein einer hinter Gebüsch ich hab ihn ja gemarkiert bei mir sind die auch hier gehst nicht rein ab ihn nice 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 so das war Nummer 2 und das war Yeti ja hier die Leiter kam ne ich geh keine Leiter mehr hab auch einen da stirbst du Orca hast du ne coole Carabiner dort zur Not holst du meine Sachen ja hast du ein Magazin für mich ja gib mir mal Schlüssel ich hab sogar mehrere warte ich leg sie dir in den Rucksack das waren jetzt drei ne wir haben jetzt insgesamt zwei äh drei drei ich hab zwei danke schön Leute raus hier aus der Bank raus 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 136 chill erstmal chillt erstmal wir haben also ich hab vielleicht gleich Sniper sich Leute wir haben Zeit okay wir haben ja auch zwei Cops getötet ja aber die Cops die kommen neu ne ja aber wir können wir können theoretisch ins Cops die dürfen doch nicht neu kommen oder doch die dürfen neu kommen ein E-Floot ist noch ganz okay du hast überlebt ja ich hab's überlebt ähm ich kann jetzt gleich auf dem Vordereingang von der Bank da steht auf jeden Fall ein Offroader ne nicht den ne 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 guck mal dass er den guck mal dass er den scheiß Hunter disabled du siehst sorry aber der fährt die ganze Zeit das ist sau schwer wir müssen uns alle einfach auf einen Reifen konzentrieren dann haben wir ihn schneller als wir schauen können hinten rechts platt rauf reiß ich bin gefesselt worden unten ist einer unten ist einer zwei Cops unten die gehen hoch hoh unten welche Himmelsrichtung äh ja unten die gehen die Treppe hoch so fester ist ganz schön die bringen mich weg Leute draußen ja einer kommt hoch der guckt nach rechts sie sehen wirst du gerade weggebracht Hauke ja schnell schieß den Cops weg ab ihn ne was er lebt noch die bringen mich grad weg Leute ey muss ich komm Joll du bist weg ja ich bin unten beim Haus hä bei mir bist du nicht bei mir bist du nicht ich bring mich in den Hunter der Hunter hat einen Reifen kaputt es kommen Cops zu uns Achtung es kommen Cops zu uns die setzen mich in Hunter die setzen mich in Hunter was zu uns ja ich also zumindest ne ne ist kein Kopf sorry Leute die haben mich in den Hunter gesetzt ja siehst auf den Hunter ja da kommt noch Munition das ist ein Problem ich weiß grad nicht genau welcher von den ganzen ah da bist du warte der fährt mit dir glaub ich runter so der Sniper muss sich jetzt um den Hunter kümmern ja snipe ihn raus bitte ich sehe mich der ist hinterm Berg der ist hinterm Berg ja ja der kommt ja gleich wieder der kommt gleich der kommt gleich dürfen wir ins HQ snipen beispielsweise ja dürfen wir da kommt ein Zivilist angerannt down 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 jetzt in den If mit rein ja ich wurde weggesniped jetzt ist der Hunter wieder da ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen Hunter ist wieder da komm